So, hallo liebe Freunde. Ich bin über Weihnachten beim Surfen auf Facebook auf eine Aktion von Blinix gestossen. Blinix vertreibt LED-Stehrleuchter mit Akku. Das ist etwas, das mich schon eine Weile interessiert. Und da lief gerade eine Aktion. Zwei für eins, also eine bezahlen, zwei bekommen, zack, bestellt und heute wurde das geliefert. Jetzt machen wir ein kleines Unboxing. Mal schauen. Eins, zwei. Lieferung innerhalb von, was waren das jetzt, vier Tage und schon sind sie da. Gut gepackt. Ich habe gedacht, ich habe die schwarzen bestellt, aber das sind jetzt offensichtlich die weissen. Und fällt da was, aber hier, so. Ich mache die schwarzen, dann machen wir ein kleines Unbe BETter. Ich mache die Kuchen nach oben. Und Plinix verspricht mit einer Akkulatung 6-8 Stunden Leuchtdauer. Im Lieferumfang auch Kabel. USB-C. Und was haben wir da noch? Beschreibung. Du hast einen grossartigen Geschmack. Schreibt mir Plinix. Vielen Dank Plinix. Aber eigentlich habe ich schwarz bestellt. Das sieht dann so aus. Aber weiss ist auch schick. Soviel vom Unboxing. Ich werde das noch machen. Nachholen. Und werde dann berichten, wie es mit diesen 6-8 Stunden Leuchtdauer auf sich hat. Tschüss.